So. Also, wir sind zurück in Monte Carlo und auf der Suche nach einem Stein, den ein Kumpel von uns aus dem Fenster geworfen hat. Und mit diesem Stein können wir auf der Insel Terra angeblich den Eingang zu Atlantis finden. Und dieser Eingang von Atlantis ist zu öffnen, halt nur mit diesem Stein. Wir haben von ihm eine Adresse bekommen, wo er glaubt, den Stein aus dem Fenster geworfen zu haben. Das ist Avenue... Lieblablub. Voltaire. Und, ähm... Genau, diese Adresse müssen wir jetzt finden. So, jetzt müssen wir mal schauen, wo das ist. Wir haben diese Karte hier. Hier war gerade schon diese Avenue Bollwehr, glaube ich. Oder hier? Was hier? Ich bin da in der Ecke von... Boulevard de Gerdes Etoile und Rue Piccard. Okay, hier war es nicht. Dann war es hier. Ich bin da in der Ecke von... Avenue Milburn und Rue Piccard. Avenue Milburn. So. Und auf dem Zettel steht... Avenue Milburn und Rue Voltaire. Okay. So, dann muss eine von diesen beiden Straßen schon mal die richtige sein. Entweder diese hier oder diese hier. Die haben wir hier gerade schon abgecheckt. Also, es ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Wir gehen mal weiter gucken. Hier ist keine Straßenbezeichnung. Bezeichnen. Nothing down there. Wenn wir mal hier gucken. Wie die heißt. I'm at the corner of... Boulevard Napoleon and Rue de Régle de Gerdes. Auch komplett falsch. I'd rather not go in. Auch keine Straßen bezeichnen. Ganz toll. Nothing down there. Das muss ja eine Kreuzung sein. Das kann ja keine Ecke sein. Hier vielleicht. I'm at the corner of... Avenue Milburn and Rue Truffaut. Rue Truffaut Avenue Milburn. Die eine Straße ist schon mal richtig. Avenue Milburn and Rue Voltaire. Okay. Aber die andere noch nicht. Schauen wir mal hier. I'm at the corner of... Boulevard de Gerdes et Rue. Das ist unlogisch. Normalerweise müsste ja die Straße, wenn die... Ich sag jetzt mal hier oben. Die heißt gleich. Dann muss sie ja entweder... Das die sein. Oder diese muss das hier sein. Und dann gehen wir weiter nach links. I'm at the corner of... Avenue Eclair and Rue Truffaut. Hier gibt's keine. Anscheinendlich okay. Hier haben wir glaube ich alles abgeprüftet. Dann gehen wir weiter nach links. Und dann gehen wir. da kommt er anscheinend nicht durch hier waren wir auch schon hier war der unfall diese französischen namen auch noch auch falsch hi jub ja nice aber ich glaube du kannst mir noch gar kein abo geben würde mich schon freuen wenn du nur folgst komplett falsch das ist alles so komplett falsch einmal hier hinten die straße hat gepasst der die eine bezeichnung unglaublich ich habe mir auch eine dicke ich bin in der corner von boulevard des guers des atoiles und rue aubergine ist das so in solingen könnte mir ja mal helfen ich bin an der ecke von boulevard napoleon und rue lumiere gibt es irgendeine regel was im boulevard ist dass im boulevard so verläuft so ich habe keine ahnung hier war meines wissens noch ich bin in der corner von avenue milburne und rue picard avenue milburne und rue picard es sagt avenue milburne und rue voltaire Voltaire und hier ist dann schon wieder nichts ist wieder was komplett anderes als wie diese straße hier heißt gucken wir mal wie die heißt ich bin in der corner von avenue milburne und rue truffaut ok also das bedeutet auch hier dass diese straße diese avenue milburne ist die ist in der mitte hier gibt es keine bezeichnung weil es keine kreuzung ist gehen wir mal weiter nach da nach links vielleicht ist er dann da noch eine kreuzung die sich mit der mittleren straße kreuzt ich bin in der corner von avenue victor hugo und rue hollandaise was ist das für ein scheiß ich bin in der corner von avenue milburne und rue hollandaise komplett was anderes geht es hier auch hoch? ich bin in der corner von avenue de la vache und rue framboire ich bin in der corner von avenue milburne und rue voltaire ich bin in der corner von avenue milburne und rue voltaire so die haben wir noch nicht komm hier ich bin in der corner von avenue victor hugo und rue hollandaise alles komplett falsch komplett komplett lang ich bin wieder im hotel super komm hier runter du figur ich bin in der corner von boulevard de guerre des étoiles und rue framboise junge 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 ich bin in der corner von boulevard de guerre des étoiles und rue lumiere diese aussprache von diesem namen macht mich auch wahnsinnig ich bin in der corner von boulevard de guerre des étoiles und rue picard rue picard richtig es sagt avenue milburne und rue voltaire voltaire ah voltaire hatte ich auch hab ich gar nicht mehr gefunden glaube ich ne ich bin in der corner von boulevard de guerre des étoiles und rue de reg ich glaub der verarscht mich ich hab hundertprozentig die scheiße aufgesucht ich kann es auch an jeder kreuzung in jeder gulli gruppe ok die frage ist äh ich bin in der corner von boulevard de guerre des étoiles und rue truffaut komplett falsch der einzige name der übereinstimmt ist an dieser ecke und da stimmt ein name mit überall hier ich bin in der corner von avenue milburne und rue picard avenue milburne avenue es gibt doch wie war das denn nochmal avenues laufen von westen nach osten oder so und äh ich hab wieder zwei komplett neue namen ich hab wieder zwei komplett neue namen wie geht es hier weiter hier ist es auch ich bin in der corner von avenue de briques jaune und rue sans nom ganz toll die heißt jetzt wieder komplett anders pass auf ich bin in der corner von avenue de briques jaune und rue truffaut keine ahnung das ist das gleiche oder nicht ich bin in der corner von avenue eclair und rue truffaut avenue eclair wo ist dieser scheiß ich bin in der corner von boulevard de guerre des étoiles und rue truffaut weiß jemand aus dem chat wie boulevards verlaufen und wie avenues verlaufen es gibt da eine regel für avenues laufen irgendwie von westen nach osten und boulevards von norden nach süden oder so ich hab das irgendwie im kopf wenn hier dieser verdammte kack boulevard ist i'm at the corner of avenue millburn and rue picard millburn avenue die avenue ist hier avenue millburn and rue voltair man kann das doch eigentlich da müsste doch hier entweder 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 diese boulevard avenue sein oder diese picard straße hier ebenso avenue oder picard ich bin in der corner von boulevard de guerre des étoiles und rue picard ok rue picard also ist von oben nach unten rue picard das ist rue picard und da muss das die avenue sein so das könnte die avenue sein hier haben wir schon glaube ich 30 mal in den gullige guck gefühlt so jetzt endet die straße aber hier geht die dann hier weiter i'm at the corner of avenue millburn and rue truffaut oha avenue millburn und rue voltair voltair ok 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 wir nähern uns dem richtigen punkt was i see something down there i see something down there i can't pick that up i can't move it ja dann äh öffne ja got it it's a small wheel shaped stone carved with solar images gott sei dank endlich so jetzt haben wir diesen sonnenstein und jetzt können wir endlich auf dieser era insel dafür müssen wir ins taxi taxi zum hotel ist das hotel hier ne und bei dieser ach na da ist das hotel ähm auf dieser insel soll der eingang zu atlantis sein na komm lauf so driver yes driver let's go so algerien haben wir hinter uns gelassen die ausgrabungsstätte haben wir hinter uns gelassen well here i am on thera monte carlo haben wir hinter uns gelassen und jetzt sind wir hier bei irgendeinem typen hello there what do you want uh are you a charge around here hmm make this quick i'm a busy man nice island sehr beschäftige wenn ich mal sagen dass es eine sehr nette insel ist the awful explosion the end of civilization yes very nice indeed fantastisch super gespräch geh mal hier hoch gehen mal hier hoch geh jetzt sowas Luke in den bergen Kluft. Von der Lücke gehen wir in die Kluft. Auch nix. Bergeintritt. Einschnitt. Oha! Das sieht interessant aus. Es ist eine Pläne, Olde, Empty, Wooden Box.